Du musst eigentlich meine Spawnouten aktiv sein, oder? Ach ne, die gehen nicht, weil die unten ausgeleuchtet ist. Ist aber noch Uran da? Uran, hallo. Sonny hatte Handy zu Hause. Was? Sonny hatte sein Handy zu Hause. Ach so. Ja, und? Du, 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 also nicht. Na ja. Oh, wir müssen bauen jetzt überall Monster drauf. Vier Zirka. Mumio, Mumio, gerade mal. Mumio, Mumio. Geo. Für Spaß an Geo-Themal-Generaton. Goste ein bisschen mehr. Hey. Wo? Weiß ich nicht, weil mir nicht. Weil mir auch nicht. Bestimmt auf dem Schild gefallen. Hm. Sonny, ne? Also ich hab's nicht gesehen. Wieso mach ich mir die Zirka jetzt, wenn ich die grad gar nicht brauch? Oh, man ey. Brauchst du da eh? Ja, aber jetzt grad nicht. Dann wollten wir ja Cable machen eigentlich. Ähm, Tinder. Das läuft, das läuft, das läuft. Ähm... Was können wir noch machen? Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Boah, so Lab-Panels könnte man eigentlich machen, ne? Hm. Aber erst mal machen wir den Geo-Themal, weil wir das grad haben. Ja, was anderes ist auch grad zu teuer. Zack. Ach, das ist ein Skelett. Und da kommt so ein hässliches Ding grad und greift mich an. Du fügst mir keinen Schaden zu dem Gefehl. Das kann ich nicht, das kann ich nicht reinlassen, das. Wie schneller tot, als du gucken kannst. Verreck. Dieses Haarbringer. Ja, auch. Stand eben bei mir und hat mich die ganze Zeit angegriffen. Ah, der macht dir doch nichts. Oder zweimal und dann stand er da und hat nichts mehr gemacht. Der macht dir doch, der tut dir doch nichts, der arme Junge. Und jetzt ist er weg. Hat sie verpisst. Aber da kommt wahrscheinlich gleich irgendwann noch wieder. Bist du hier nur über das Blut rumliegen wieder? Stahlblöcke hab ich doch auch. Stahl, genau. Wie viel Silber hab ich denn? Silbert man auch so wenig. Bin grad überlegen, ob ich mit Dampf anfange wieder. Iron Furnace. So ist das billiger. Silber. Ist da wenig drin. Was billigst ist, wenn du den Iron Furnace aus... Dein Öfenmast. Also Koppelstornöfen. Und Falsen. Immer noch das billige Furnace. Aber die ganzen Federn gehen wir so auf die Eier. Ich mach doch ein Glas darüber, meine Güte. Oder baue sie zu, da können sie nicht mehr zu dir hin. Weil du mal Knet bestimmt anlassen, oder? Ja. Mach ihn ja wieder aus. Erstmal. So. Ui, ich hab so viel... Sandstein. Achso. Deswegen hab ich auch kaum Platz, weil ich zu viel Refind Iron bei mir hab. Lehm. Lehm. So. Ach, okay, wollen wir denn Lehm. Machen wir was raus. Da. Lehm. Lehm, 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 Lehm. Lehm, Lehm. Ich brauch grad Lehm. Ich mach wieder Köker rein. Zack, 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 zack. Ist ja irgendwie an Energie jetzt. Komm so langsam, aber auch sicher. Zack, zack. Stim. 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 So. Zwei Geo-Termal-Generator. Boah, ein Lizard. Er ist der Lizard-Mann. Er ist der Blizzard-Man, Blizzard-Man, Blizzard-Blizzard-Blizzard-Man. Bei mir grad ist. Ne. Wenn noch an Monstern. Ja, wenn ich schlafen gegangen sind. Alles deine Schuld. Zack, zack. So. Oh, jetzt hab ich gar keine Schaufel. Butterproof-Bytes, wollte ich viel Lava transportieren, ne? Ja. Genau. Da muss ich zum Beispiel Kakteen für, weil du noch keine Bienen hast. Ja. Apropos Bienen. Steaded Fast-Drone. Wo hatte ich denn eine Wüste bei mir eigentlich? Nein, so ringsherum. Ah, aber bei mir. Ganz sicher. Kannst ja zu mir kommen. Ach ne, keine Lust. Boah, das ist sie auch zu Tode mit den ganzen Kisten hier. Hm, ist normal. Zombie. Zombie, komm her. Ach ja. Zombie. Ich hab da hinten die Tür zugemacht. Was war das denn eben? Weil irgendein Monster hier... Äh... Sag schnell, weil irgendein Monster... Da ist er, der Lizard ist es. Der Lizard ist es. Eine super Fähigkeit hat. Der Tod ist. Jetzt fliegen wir diese komischen Kristalle hier rum wieder. Äh. Solltest du jetzt bei mir hier suchen oder was? Kakteen mitnehmen. So, ja, mach das. Die war ein bisschen weiter weg. Äh, mach das mal. Weil ich die drumherum hab, die wollte ich schon selber benutzen. Ja. Einen davon und jetzt bräuch ich noch mal Sticks. Ich wollte schon sagen, es ist ein Zombie, aber das ist irgendwann das. So, Sticks. Was nervt hier bei mir? Ach, ja, immer mein Kopf, mein Kopf. Immer das gleiche. Bauen, 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 bauen. So. Bienenfangen. Das wollte ich ja genau. Oh, Sandwürmer wieder. Können wir sagen, das reicht. Oh, hier vorne ist Lade. Oh, da ist keine Musik. Achso. Hi. Hi. Wurstflauwe. Hier vorne. Hier bin ich gerade vorbeigesprungen. Da. Unten ist Lava. Ui. Haha. Hi Sandwürmer. Meine Güte. Aber ich hab diesen komischen Schatz vom letzten Mal nicht, wenn wir das mal nur klang, 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 klang. Ja, ich hör's wieder. Ja, ich hör's wieder. Oh, wie laut. Unglaublich. Ja, das ist gar nicht allgemein laut. Letztes Mal sind wir dann nur gegengelernt hatten, was? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was du für eine Rüstung hast. Kann vielleicht auch durch die Rüstung kommen. Nee, du hast die gleiche an, ne? Kann man die Rüstung haben nur. Ja, aber du hast die gleiche Rüstung gehabt, oder nicht? Ja. Ja, gut. Hat sich nichts dran geändert? Ich weiß es nicht. Ah, Lehm. Hier geblieben. Ja. Kamen die Feder mit angeflogen. Ja, warum auch wohl, ne? Wollte nicht. Vielleicht, weil ich Magnebel angemacht hab. Dass die händlichen Viecher so viel Feder verlieren müssen, ne? Ja, du kannst doch nicht so viel benutzen. Kannst du ja alles in den Recycler reinbauen. Ja. So, Kaktus machen. Ich spurtalig's denn hier noch aktiv. Upp. Ach so, das ist ja noch aktiv. Dann. Was hab ich denn hier für Schaufeln drinne? Unbreaking Efficient C2. Was hab ich denn noch? Die für Schaufeln. Fisch in C2. Auch. Muss ich ne Wundenpiper am Ende der Tank anbringen? Ja, musst du. Okay. Ach, da hab ich noch ganz viele. Da, ne Schaufeln nämlich. Ach, ich find's geil. Umsonst Schaufeln, umsonst Knochen. Hab ich auch schon wieder so viele. Zack. 5 Strings. Zack. La 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 la. Ich trafst du nicht. Ich springe da mal wieder hoch. Oder ich kann ja eigentlich von unten wegpumpen. So richtig drüber, ne? Äh. Aber wie gesagt, das läuft so dadurch. Ja, dann machst du halt so mit. Kann ich auch nix für. Mach ich auch. Hast halt ne super Information von mir bekommen. Hast halt ne super Information von mir bekommen. Hust, hust. Zack. Okay, okay. Komm noch schneller hier. Läuft. Zack, zack. Kann man wohl das auch zerbrennen? Ach. Scheiße, ich bin da so blöd. Das hast du gesagt. Ich hab nen Generator eingestellt, ich sag. N' Geothermal-Generator. Nicht gut. Gut, gut, dass ich die Omni-Range hab. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich brauch ja noch MT-Z, das stimmt ja. Ja, und ähm... Glaspen, äh, Glasscheiben, glaub ich, oder so, war das. Glasblöcke. Ja, oder Glasblöcke. Zack, 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 zack. Das hatte ich ja auch immer das Problem. So. Hast grad voll vergessen. Da war ja irgendwas. Ach, komm, schon müssen wir verarschen. Nee, das machst du dir grad selber. Ah, du, mich auch. Hab so viel Mist bei mir. Meine Fresse, ey. Ja, die ganzen Truhen ist es noch schlimmer hier. Bin froh, wenn ich alles einsoitieren kann. Ja, nur noch reinschmeißen und machen lassen. Ja. Das ist das göttlichste aller Zeiten. Hm. Na, das. Und... Koka-Weinröfen. Nice. Hätte doch irgendwo noch ein bisschen Glas da. Zack, zack. Hab' dir noch mal das Holz noch? Braut' dir denn noch dafür? Äh, Empty Shels. Und we'll find Iron. Billig ist das nicht damit. So, ab ins nächste Turtle Loch. Da geht's jetzt erstmal richtig los. Zack, zack, zack. Quatsch gesetzt. So, warum kommst du denn? Eins, warte mal. Wie viel brauche ich denn in der Wand zwischen? Eigentlich glaube, eine reicht. Wand, eine reicht. Zack, zack. Okay, wir haben mal, Generator. Nummer eins. Und Nummer zwei. Nur weil er wieder... Anstatt das rüberzusetzen mit, einfach weil sich auf der einen Seite behalten hat. Ja, ist ja normal. Manchmal ist das vernervig. Aber nur manchmal. Hm. Oh, ich seh Uran. Ja, siehst du das? Ja. Wenn ich mich gleich beeile, könnte ich auch schon heute Uran verarbeiten lassen. Wow. Ein Reaktor. Yay, 16. Dann springe ich wieder die halbe Welt in die Luft. Hm. Am Arsch. Mehr habe ich hier nicht gefunden. Schade. Und zack. Verbunden. Und gleich. Flup, flup. Geht kurz an. Ach, ich weiß gar nicht. Was hatte ich glaube ich, sechs oder acht Stück davon umstehen. Einmal eine Bedbox angeschlossen, voll war das Ding. Ja, das Ding muss ja noch voll werden bei mir. Kohle, 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 Kohle. Jetzt sieht der jetzt erstmal schön was. Er zieht viel. Hm. Aber ist ja egal. Funktioniert ja bei uns. Ja. Ich brauche es ja auch momentan gerade nur für Uran. Okay. Sag mal, mit der Dunkelkraftwerk bauen die lange. Fange ich bald mit an, komplett. Hm. So. Dann brauche ich jetzt. Erstmal einen Extractor. Oh, ich habe schon wieder nichts gegessen hier. Ich muss mal wieder was essen. Den Zinn-Zufu, den Extractor können wir auch bauen, ne? Ja, wenn du das mit den anderen Wobber machst. Aber das mache ich nicht. Ich mache ja die anderen Wobberbäume, die ich habe. Hm. Du kannst ja auch deinen Wobberbäume rausgewinnen. Ich, ne, jetzt Extractor, den kann man auch machen. Ich, ne, ich strudel. Maschinenblock. Okay, ich habe, ich baue mir nur noch diese Streetcarp machen. Dann habe ich schon alles. Ah ja, mit Wetzern Energy müssen wir auch noch was machen. Oh, das, oh, ich liebe es ja schon wieder. Ich kriege, ich kriege so einen leichten Arzt.